Feltuntergang Ja! Lass die Welt untergehen! Bye bye Erde! Kommst du? Beilig! Bewillst du mal hier für mich? In the Fancy! Da kommt der Ufo ausgeschlossen! Da kommt der Schweide raus! Hier sie nochmal! Aha! Mit Zwift kommt gleich raus! Ja, halt, der Kleuker! Oh, halt! Kann man runternehmen! Jetzt mal gleich hoch geht's! He he! Ach, jetzt steht was zu spät! Na jetzt aber schnell, Mädels! Es wird windig! Jetzt wird nass! Also laut Kamera ist es noch hell draußen! Dicke, komm schnell! Komm schnell, Baluch! Schönes Wetter draußen! Lass ihn gut pullern! Los! Komm, geh pullern! Na Dicke! Am Ende ist es heller aus! Das war's schon! Das war's schon! Zugabe! Hier kommt der Reiniger! Was schnell genug? Aber ich glaube, das geht erst gerade los! Jetzt geht los! Wie am Strand, ne? Ja! Gerade beim Auto gewesen, schon fängt es zu regnen! Und das soll, das könnte große Umwetter sein? Mal gucken! Willst du ein Video machen? Nein, mach doch gerade! Ach so! Vom Weltuntergang! Stell... Stell... Stellst du's auf Youtube? Nee, ich stell's auf Facebook drauf! Und bei Youtube! Aber dann hört man ja mal ne Stimme! Ja, dann hört man ja ne Stimme! Scheiße! Scheiße! Meine auch! Scheiße! Meine hört sich aber blöd an sein! Ich glaub, man wie wird nass! Wie? Meine Hose aber auch! Okay! Gibt das, wie ich im Dach meine? Ja, aber wenn der Wind durchstück kommt, dann war's auch bis zu uns! Ja! Ja, jetzt geht's los! Come on, Baby! Wuuu! Kann ich schon mal meine Autoschüsse schonmal einpacken? Ja, dann setz noch mal! Endlich wird wieder Regen an der Küste! Warte! Oh, wie schützt sich ja? Ja! 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 Ja, jetzt geht's los! Ja, jetzt geht's los! Ja! Also richtig dauer ist man nicht! Ne, ist ja nicht über uns das Gewitter! Kauter müssen wie es! Jetzt nehme ich aber auch ein bisschen weiter kurz zurück! Und jetzt sieht man fast Plastik vorne! Und mein Handy ist nicht wasserfest! Wo hast du was denn? Das war das erste und letzte Gewitter, das mein Handy aufnimmt! Ich dachte, jetzt würde ich so wie im Radiobracken, so unwettermäßig. Ja, Hilfe! Mein Fahrrad wird sauber. Mein Auto wird auch sauber. Hey, mein Auto mitgewaschen. Gratis-Autowäsche. Was ist mein Auto? Da hinten. Mal Hand züben. Der geht nicht. Und wieder zurück. Ich hätte nicht wollte das Unwetter nehmen. Ja, das ist ja gerade irgendwie, so richtig so Unwetter ist es. Es ist regnet und blitzt. Es ist unbekannte. Es ist ein Wetter. Ich muss mal die Tasche abstellen. Ach, schwer. Kann ich mir jetzt schon mal anziehen. Gewitterparty. Ja, das ist toll. Ich komme gleich meine Schick-Sachen. Ich kann mal Bier fahren. Ich bearbeite michein. Naja, jetzt 是! Wäre jeglich auf, ich lege es in derjenige... Das soll irgendwie funktionieren, ich brich immer hier hin in die Tülle. Tut mal ruhig, au, mein Daumen. Ich bin zu lust dafür, ich trinke sie nicht Alkohol. Ja. Ah, er hat mal kurz. Ja, jetzt geht's los. Kannst du mal schöner Regen, ne? Komm mal, die hinten laufen. Oh, Klippi, ist richtig Kertz. Ja, wirklich? Ja. Der Götz muss groß. Ne? Ich denke, du bist zu klein, Klippi. Die Sonne ist... Klippi! 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 Alter, Mutti, ich wollte noch frisch lassen, ich muss den Bier aufmachen, ich bin Durstsel draußen. Ach, jetzt. Das kannst du mir über Facebook. Äh, YouTube. Auf Facebook. Jetzt schon sechs Minuten. Lass, lass. Komm, du sollst rein in die Kamera. Das sieht geil aus, ne? Ja. Richtig herzlich jetzt. Also, du kannst doch auch nicht mehr aus dem Garten fahren, die sind. Hast du toll, die gerade. Richtig? Ich wollte noch aus dem Garten fahren, weil der Hecker ist. Na, das ist verdammt. Lass du da. Ich geh auf die auch drauf. Papa, bei dir auch mal. Sehr lustig auch, ne? Ich bin das gerade. Papa, guck mal. Guck mal. Guck mal, guck mal. Guck mal. Guck mal. Ey, aufheben. Na ja. Müllverschwendung, ey. Müllverschwendung. Klar, das ist für die Müllverschwendung. Tritt in die Kamera. Oh, nee, nee. How's the going? Prost. Das sieht man auf der Kamera nicht, aber es sieht so auf eine richtig graue Wand. Ob man es denn auf YouTube ist, ich weiß es nicht. Sieht schön aus. Ja, der war ein Blitzer. Aber auf dem Baum kommt, wenn es schon passiert. Da ich weiß, dass irgendwas passiert, wenn der Baum umherfliegt oder so, weil man nicht Milcherkugel umherfliegt. Sieht mal vor, es ist eine Kuh. Ich bin zu nahe. Ja. Wenn der Ende geht, ist es überhaupt ein heller draußen. Das ist ein Nachsichtgerät, das ist ja nicht. Ja, dann muss ich es dahinter stellen. Ich glaube nicht. Ach. Ich kaufe mich raus. Geh doch. Ich sehe alles? Mach doch, ich kann nicht viel in die Kamera. Nein, ich mache es nicht. Ich bin nass. Ich bin nass. Brauchst du nicht? Mach du. So. Papa geht jetzt baden. Oder du schon, hat er gesagt. Tja. Ich bin nass. Ich bin nass. Ich bin nass. Ich bin nass. Auch jetzt bemerkt. Ich fahre da eben dort draußen. Es ist ja nur Regen. Und wenn kein Hakel ist, hakt und wie. Wenn ich nicht, will ich nicht. Wenn ich da oben machen kann, dann will ich das. Ich bin nass. 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 schon mal. Starkregen. Und es fließt's. Aber das gefällt immer noch über uns. Es kommt immer noch nichts. Okay, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Hä? Eigentlich wollte ich nur das kurze Gewitter aufnehmen. Das kurze Gewitter, ja. Es tropft vor mir runter. Nee, jetzt wirklich. Jetzt läuft sie gerade runter, Maddy. Aufs Fuß ist alles drauf. Meine Füße werden sauber. Ich glaube, ich muss die Tür erst mal zumachen. Das ist ein Wasser. Ach ja. Und mein Fuß ist schon mal sauber. Und mein Fuß ist schon mal sauber. Ich hab Wasser mit Schuhe. Kannst Musik machen. Ring vor Tür weg. Na, nicht wirklich. Aber ich behaupte, es beruhigt sich wieder. Willkommen zu meinem Comeback. The real face of the Gewitter. Ich weiß nicht, was jetzt, äh, Gewitter auf Englisch heißt. Deswegen, Gewitter. Ach, die arme Sau da im Autorautos fahren jetzt. Ihr normaldenkende Mensch wäre im Autoritzung geblieben. Nein, wie scheint er auch, Schatz? Ach komm, da ist ja nur Regen. Komm, wir können ja laufen. Naja. Könntest du noch wenig was mit haben oder irgendwas? Na nur Regen heute. Hey, hey, auf, Tür! Oh. Ja. Ich glaube, das war's von oben, ja. Doch nicht. Ich schau mal in den Himmel empor, vielleicht sehen wir ein paar Blitze nach. Life Blitz Factory. Der Donne hört sich mir komisch an. So dumpf. Ich bin jetzt so kurz so hoch, so kurz züchtet, der ist ganz schön kalt geworden jetzt. Ah, ja, come on. Mehtut die Arme saugert weit. Im Hintergrund gerade so ein gewissen Mutter hat Fahrer, he he he, ach ja, der Jim und mein Dach übern Kopf hat, wo es so tauchen Autodach, ah da waren keine, der Dach fahren weiß ich auch nicht, ich hab gerade vor uns hingeguckt, schön der Blitz war das. Vom Geräusch her genießt der Motorfahrer Wurzwelle. Ah Blitz! Ah, jetzt kommt der Donnerlansang ein bisschen heftiger durch. Als der Gewitterzell ist dann sagen, mittig über uns. Und mir tut mein verdammter Arm weh. Ja, hupp, wann auch du bist ein Arsch! Er lässt überhitten seine Frau, also das Mädchen raus mit Kopftuch. Die rennt und der fällt noch um den Auto und sagt, tschüss Typ! Und ich alle fünf Minuten warte, bis Regen mit vorbei ist. Nein! Lauf mal ruhig! Kannst du unten noch ganz drunter durchlaufen, wenn du schnell genug bist. Es gibt so viele Töten. So, ich spreche mal ab, wie langweilig ich gerade. Ja, das war das Gewitter, das Unwitter, was sich gerade an der Küste langzieht heute am 8.6. Ja, angeblich soll es ja mit Starkregen sein, mit Hagel und mit Gewitter. Mit Gewitter haben wir, Regen haben wir auch, der Hagel liegt wieder fehlt. Ja, ich werde den mal unter dem Video schreiben können, dass wir die Gewitter nun genau umgenauert haben, weil irgendwie so richtig drüber kommen, tut es auch nicht bei uns. Ich habe heute einen Auslaufer besagt, das weiß ich. Weiß ich nicht. Aber, falls noch irgendwas spektakuläres passiert, dann wird mit dem aufgenommen. Aber ich gehe im Moment nicht so nach außen und aus, weil das ist irgendwie jetzt grobe Dumpels wieder. Ne? Der Wind ist da, die Bier ist kalt. Das Bier ist auch recht alt. Nehmen wir hier drinnen. Gut, das ist keine Schleichwerbung, das ist, ähm, gewollte Werbung. Das ist keine Schleichwerbung, ne? Schleichwerbung, wenn man so in der Kamera einschiebt. Machen wir ja nicht, ich trinke es offiziell. Es ist egal, dass wir mit meiner Frau haben, ich trinke es schon mal aus. Am Dienstag ist wer los, Marco Forrado. Morgen sind wir auch nicht mal am Stand. Hier aber morgen vielleicht auch nicht mal am Stand in den Granibus. Das ist lebendig und erbendig. Ja, das ist immer dunkel, dunkel, dunkel passiert da vorne. Können wir also mal zeigen. Ob jetzt so dunkel so entscheidend ist vom Ausmaß, weiß es nicht. Aber der Regen beugt noch mal ein bisschen auf. Es zieht noch mal an. Es geht voran. Ein Blitz über mir. Es ist trotzdem kalt, wenn der Wind am Zimmer meiner Richtung pfeift jetzt. Das Brumme ist ganz meiner, das was sie angeguckt haben mit Unwetter mäßig und bla bla bla, nicht wirklich. Auf meiner Sicht. Ich hoffe nur, dass die Gewitterzelle genau jetzt, wenn mein Vater auch weiter ist. Bei der wollte er abends grillen. Wir haben jetzt abends, also nachts so. 18 Uhr und Hotze-Petsche ist es jetzt aktuell. Jetzt weiß ich, weil wir gegen 18 Uhr und... Ja gut, ne, ne, jetzt schon fast 19 Uhr. Fast 19 Uhr müsste es schon sein. Um 18 Uhr waren wir noch ein Granibus heute auf dem Sonntag, dem Pinksonntag auf dem Granibus baden und einkaufen. Der hat mir dann gefallen. Vorne, das habt ihr nicht gesehen jetzt. Spontan. Ich kann euch so schnell hinhalten, weil es geht gerade nicht weiter. Wo jemand einen grünen Laserpointer. Und er hat mit dem grünen Laserpointer gerade die Blätter gerade angeleuchtet. Böse Saudi. Ja, schon wieder auf dem Schild jetzt. Mei, mei, mei. Der traut sich was. Bei dem Regenwetter mit dem Laserpointer rauszuhalten. Ne, der Brot geht noch. Wenn mein Handy Wasser nicht mehr kommt, ob er jetzt kommt. Das muss eigentlich von meiner Seite kommen, irgendwo aus meinem Block. Gewagtes Spiel, ne. Mit dem Laserpointer mitten beim Gewitter irgendwo noch draußen hinzuleuchten. Ich hätte Angst, dass mir der Laserpointer fortgeht. Ah! Der war schön. Der Blitz. Ich könnte euch auch das Regenwetter zeigen, ob es noch langweiliger ist. Das klang schon besser. Aber der Regen hat dafür auch. Jetzt ist der Regen durch und ich will wieder kommen. Und der nächste Heimkommler kommt nach Hause. Und der nächste Heimkommler kommt nach Hause. Naja. Er sah noch mehr aus. Ah, aber ey, er kommt noch. Er kommt noch. Also so wie bei einer Frau. August, August muss mein Auto funktionieren, ne. Die Frau kommt langsam, aber dafür lange. Wann kommt er einmal? Im Regenfall. Ja. Ja. Einmal noch Leitwetter. Der Laserpointer ist weg. Ist aber doch vor Respekt zurückgewichen mit seinem Laserpointer, weil es könnte ja passieren, dass der Laserpointer, also dass der Laserlicht nass wird und dadurch der Pointer kaputt geht. Jetzt wird es auch nicht da, wo ich gerade filme. Mäda. Da kommen keine Tatütata. Tatütata. Die Feuerpäste. Ja, da sind ganz zwei junge Männer. Gucken, dass sie sich auch wieder haben. Kannst du einmal schnell filmen? So. Das war's. Ich will jetzt keinen Privat angreifen. Deswegen muss ich ja ein bisschen da... Ich weiß nicht, wie viele Leute heißen. Ich möchte mich auspiepsen. Aber... Wissen? Ihr seht mich nicht, ich seh... Guck mal. Wecklicht. Rückenlicht. Also, irgendwo fuhr auf die Feuerwehr oder Polizei oder Krankenwagen, bestimmt hat den Auto oben am Blitz gehört und hat sie erschrocken. Der Donner gehört. Mit zu hören. Geht nicht. Ja, gut. Eigentlich hört man ja doch den Blitz. Dieser Schall. Von wem wird verursacht? Vom Blitz. Also hört man doch eigentlich den Blitz. Komm. Komm. Ja, wenn ich die Ecke nochmal beschwerte, dass ich quasi nicht zu lange Sendung mache. Ah, ah. Ist doch nicht lange. Zuerst. Mit... 27 Minuten. 27 circa. Plus der Max vorher. Und der Max nach dem Video. Aber... Das Gewitter zieht vorher sogar nicht ab. Richtet wieder aus. Ja. Also es sah spektakulär aus, als es gekommen ist. Aber es hat wie bei meinem Mann, man denkt, oh, der Mann kommt gerade. Riesenfreude. Riesen-Eakulation. Und dann sagt sich Frau, super. Das war's schon. Nach drei Minuten. Ja, gut. Mir wird langweilig. Ich werde da umgehen. Und wir hören uns ja am Dienstag wieder beim Akku-Voradio. Ein bisschen zu stehen. Wie sieht man mich jetzt? Ich glaube, so sieht man mich. Hm. Schätze ich mal. Dienstag haben wir es wieder beim Akku-Voradio. Bis dahin erst mal. Genießt die Pfingsten. Wenn bei euch das Umwetter ein bisschen geiler gewesen ist, könnt ihr mir das gerne schreiben. Ich fühle mich in die Richtung. Nein. Die Kamera ist doch traurig, Mann. Kameramann. Gut. Bis bald. Euer Marco-Voradio. Euer Marco. Du sagst es oben. Geht's oben. Bis bald. So. Was machen wir denn? Und äh... Und äh... Und äh... Und äh... Und äh... Ich sage dir, mal ist, wenn wir ihn nicht sagen.